Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Free Houses. Wir sind hier im Speicherbildschirm, haben beim letzten Mal den Prolog abgeschlossen, während uns damit jetzt Kapitel 1 zu wenden. Und die Verden-Fields wieder einmal zu leben, in Földland, heraldend den Start von einem neuen Jahr. Als sie das Jahr gewählten, die Menschen betrachten, dass sie ihre vollen Potenzial haben, als eine kleine Sprout versucht, einen Tag zu werden, in einem großartigen Baum zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich finde es interessant, dass Fodlan aussieht wie so ein Drachenkopf Das wird dein erstes Mal in der Monastery Ich bin froh, dich zu zeigen Es ist wirklich Fodlan in ein Nutshell Die guten und die bad Like es oder nicht, werden wir da schnell genug sein Ich bin froh, dich zu zeigen Ich bin froh, dich zu zeigen Ray ist hier Ich bin froh, dich zu zeigen Ich bin froh, dich hier Rhea? Ja Ich bin froh, dich zu zeigen Ich rede nicht mit Fremden Nein Nein Ich bin froh, dich zu sagen Ich bin froh, dich zu zeigen Ich bin froh, dich zu zeigen Ich bin froh, dich zu zeigen Ich bin froh, dich zu sagen 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 Ich bin froh... Ich bin froh, dich zu sagen Du bist Sängerin? Du bist so schön, ganz unigann! Spass uns colegue das niemals charlas, Manuel. Nun dann, parece, dass du eine der drei drei Städte ausfüßen hast. Ich hoffe, dass du noch nie auf diese Natur eines, wie sie? Du wirklich nicht wissen? Gut, ich mache dir ein Fähes und zu erklären. Die Städte der Oficer ist von drei Städten ausfüßen, Alle von ihnen sind sehr nahe mit ihrer Region von Orgen. Die Black Eagle House ist für Studenten vom Ädrestian Empire. Seine Hausleiter dieses Jahr ist Edelgard, die Imperierliche Prinzessin, die in Richtung zu sein sein ist. Die Bleu Lion House ist für Studenten vom Heiligen Krieg des Farges. Seine Hausleiter dieses Jahr ist Prinz Dimitri. Er ist der nächste King des Farges. Endlich gibt es die Golden Deer House, für Studenten der Allianz der Leicester. Seine Hausleiter ist Claude, Grandson zu Duke Regan, der Leiter der Allianz. Denken Sie, dass der nächsten Emperor, King und Sovereign Duke alle hier sind. Es ist sicherlich ein besonderes Jahr für die Akademie. Ich sage es. Ich hoffe, dass keine kleinen Schmerzen von einem Problem haben. Hm. Sehr gut. Für jetzt, ich sage es, einen Schwenk um die Akademie zu holen, um deine Begriffe zu bekommen. Und wenn du einen Moment hast, bitte auf meine Forschung. Der alte Mann hat einen Punkt. Oh, und schau dir in den Augen, dass ich nur die Hausleiterin notifiziert habe, dass du unser neuer Professor bist. Es ist mehr Spaß, diese Weise. Ich empfehle, dass du Zeit mit den Studenten spendest. Es sind einige wunderschöne Ducks in diesem Bunch, aber sie sind gute Kinder. Ich bin sicher, dass Frau Rea für dich morgen noch mehr Informationen hat, aber das sollte dich anpassen. Danke, schätze ich. Du bist nicht der Mann, der weggegangen ist, nach dem großen Feuer, 21 Jahre lang? Ich sage dir, dass Flayne jetzt hier mit uns auch. Ich versuchte dir, bitte, dass dies ein riesig ist. Satteth, sie haben meine信. Das ist genug für dich auch. Das ist gut. Und mehr wichtig, ich habe das Wort von Shamir bekommen. Ich bin größtlich interessiert über ein Thema über unsere selbstverständlichste Individuen. Wir können nicht ignorieren diejenigen, die in der Kirche verbreiten in der Kirche, besonders wenn sie den Gerich Mocken frequentieren. Ja, das Thema ist auch großartig. Ich werde weitergehen. Eine Sache wird sich nie ändern, ne? Mini, beide wissen wir, viel zu schnell. Der Arme Ladebalken kommt gar nicht hinterher. Okay, diesmal lässt er sich aber wirklich Zeit. Das war's. 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 Yeah. Das war's. 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 Good. Das war's. What? And then, Das war's. 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 Und du glaubst. Das war's. 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 Das war's.